Matadoren-Grün, Freunde. Wie es so zuletzt immer ist, nochmal ein Fisch. Da ist der Fisch. Wo ist er? Oh, wieder so ein schöner. Und reguläre Bissen. Das Ding ist nach oben gerutscht, aber der Haken hängt im Maul. Sehr gut. Das ist geil, Mann. Ich freue mich mega. Also wenn ihr die Bull Baits, Matadors, Toros haben wollt oder die Tumpsterhaken oder die Biggie Baits oder was auch immer ihr fürs Forellenangeln braucht, kommt gerne auf biggibaits.de vorbei. Dort kriegt ihr alles, was wir auch fischen. Und ja, wenn ihr euch da so ein bisschen ranangelt, dann könnt ihr damit sehr, sehr schöne Sternstunden beim Angeln haben. So wie jetzt gerade. Das jetzt nochmal zum Feier. Ist auch ein Bulle, ne? Ist auch wieder, ja. Oh Gott, das ist im Wasser. Wunderschöne Fische hier bei Patrick, aber dann in diesem klaren Wasser. Selbst hier bei Dunkelheit sieht man die noch. Ja, ja. Oh, Petri. Krass. Pff. Oh, ho, 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 ho.